So, wir sind zurück zu der Stab der Wahrheit und wir müssen jetzt drei Menschen suchen. Quake, Token und Tweak. Dann gehen wir mal los. Wo könnten wir... Timmy Express, jöööö. Erstmal nehmen wir einfach alles mit. Jo. Er lacht die ganze Zeit. Mal gucken, was wir so finden hier. Einfach mal. Uh, Cartmans Zimmer. Doch, klar. Alles. 90 Cent. Sind wir reich. Jetzt hat er so im Nachtschrank. Fetty Dudu. Ein Doppelkinn. Oh, geil. Uh. So viel Anspielung. Ja, klar. Das verwöhnte Balken. Hey, du stehst im Weg. So, wem gehört das Zimmer. Uh oh. Ich will gar nicht... Doch, ich will wissen, was da drin ist. Ja. Ja. War klar. Wir nehmen's einfach mit. Uh. Quackpfeife. Ja, dann wissen wir auch, was das hier ist. So. Und dann ist das bestimmt das Badezimmer. Jo. Jo. Schamache. Chili con carneweil. Also ich liebe diese Folge. Jo. Gut. Ich seh so sexy aus. Uh. Terrence and Phillip. Den haben wir schon. Gehen wir mal raus. Oh, epische Musik. Oh, da. Chimp-Pokemon. Was ist da? Können wir da irgendwas mitnehmen? Eh. Graue Farbe. Zauberer Bart. Uh. Oh. Zauberer Bart wird uns auch noch stehen. Ich renn. Ha. Oh, ich bin so... Böse. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Den finden wir bestimmt. Oh, ein Kind. Joji. Joji. Hä. Holz schlagen. Ich glaube, das ist mein Haus. Egal. Einfach rein da. Ne, ist Butters. Eh. 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 Oh, Butters Vater. We're playing, Dad. Good for you. Geil. Mein Facebook-Freund. Wie mein die Küche? Was gibt's hier so? Oh, ich werd voll reich bei dem ganzen Geld. Kann ich das mitnehmen? Nein. Okay. Der ist ja nur mit Facebook beschäftigt. So, dann ist das bestimmt Baders Zimmer. Sieht so aus. Was hat er denn da so? Eh. Das da. 25 Cent. Ein heivianischen Ausweis? Okay. Das sind meine Minions. Die helfen mir, die Gesellschaft zu verhindern. Okay. Ich hab die Chaos. Oh, ist das ein schön Pokémon? Come on! Dip, 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 dip. Was hat er denn in seinem Schrank so? Ja. So, was gibt's hier auf dem Flur so? Belohnungskarte. Und die Eltern? Grasenschlüssel. Und 35 Cent! Yay! Und 50 Cent! Ich bin so reich! Ich hab Style und das Geld, wie man sieht. Ja, was bewahren die hier so auf? Rosa Farbe! Hey! Butters cremiger Schleim. Okay, ich will, glaube ich, gar nicht wissen, was das ist. Wie er sich mal freut. Kann ich eigentlich in die Dusche gehen? Eine Runde duschen? Eh! 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 Jetzt bin ich nass. Okay. Einfach mal Wasser laufen lassen. Dip, 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 dip. So, dann gehen wir mal weiter. Willst du mal Mutter fragen? Will die auch Facebook-Freundin werden? Ja! Das ist geil. Was? Oh, ich hab so viele Facebook-Freunde. Voll beliebt. So, was gibt's hier denn so? Da. Droidenhandschuhe. Ein Action-Rad. Ein Euro. Geil. Weiter geht's. Dip. Mit der epischen Musik. Ah! Ich will das Objekt. Warte. Yay! Noch ein schön Pokémon. Come on! Ich hau den Schnee. Ich zerhau den Schneemann. Das ist mein Haus. Auf Holz hauen auch gut. Wow! Da hinten. Da, da wollte ich vorhin schon hin. Geh weg, Schnee! Ha! Und weiter geht's. Bäm! Bäm! Ach, wie süß. Ein Pony. Okay, jetzt kann ich von da... zum anderen. Ich will aber da hin. Äh, äh. Okay. Oh. Drei neue Facebook-Freunde. Kleid. Fick dich, Neuer. Oh. Cartman. Warte, das gefällt dir das. Vier Facebook. Oh. 26,90. Eigenkapital. Aha. Ganz selig. Ich mag meine Haare. Aber so eine Mädchen-Visur. Mhm. Oh, Sterne im Gesicht. Du bist... Ach, sexy. Sieht gut aus. So ein Zaubererbart. Jo. Perfekt. Kleidung könnte ich vielleicht noch färben. Hier diese heiligen Farben. Rosa. Ja. Geht nicht. Schade. Naja. Oh, wie viel schön Pokémon gibt's denn? Oh. Ja, okay. Dann laufen wir mal weiter. Die Boss-Haltestelle. Oh, ein Schneemann. Eh. Oh. Shit. Ah. Wie soll ich die denn bekämpfen? Shit. Nice hair, douchebag. You want some of this? HAH. Er hat seinen Angriff erhöht. In your face. Shit. Und er hat seine Rüstung. Au. You're hurt. This looks like a job for Paladin Butter. Oh, was kann Butter's denn Schönes? Oh. Ja. Ähm. Okay. Okay, dann geht's jetzt los. Was kann Butter's? Fähigkeiten. Hammer der Gerechten. Hammer der Stürme. Klicke mit der Mauspöste. Warte. Fühle meine Rüstungsfüree. Ha. Au. Ich blute. Okay. Jetzt kann ich mein Blut untersuchen. Geil. Bluten. Okay. Okay. Jetzt krieg ich auch noch Potion. Das Wasser, oder? Naja, ich hör auf zu bluten. Das ist gut. Aha, okay. Dann hauen wir mal auf den Arsch hier. Bäm. Weg ist er. Ach, er wirft mit Blumen. Wie süß. Scheiße. Der Angriff ist erhöht. Au. Ist der eine Rüstung jetzt kaputt? Nein, ich blute schon wieder. Oh, ich glaub, ich muss mich heilen. Geht das? Gesundheitstrank. Was, das Schokoriegel? So, Angriff. Okay, das war nicht besonders gut. Au. Man soll ja nicht mit Stein werfen. Auch mal pfeilen. Auch mal pfeilen. zu früh. Shit. Bäm. Watt? Oh, das sieht schlecht aus. Du bist nicht auf mich, hast du? Äh. Ach, jetzt hab ich ihm das wiedergegeben. Verdammt. Hauen wir auf den da. Nein, Buttors. Den darf er prügeln. Hey. Au. Oh Gott, unser erster Tod. Ja, nochmal. Fuck. Scheiß Elfen. Los geht's. Nein, bitte nicht. Ah, ich drücke mal zu früh. Ja, die tollen, heilenden Hände. Ja, das ist es, kleine Junge. Hm, das ist gut. Ich hätte besser warten, bevor ich noch mehr Heilung mache. Dann probieren wir mal den Hammer der Gerechtigkeit aus. Wow. Es hat funktioniert. Äh, scheiße. Shit. Bluten, ja. Okay. Nehmen wir den. Jep, 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 jep. Draufhauen. Gar nicht. Es war perfekt. Und er wirft mir Blumen. Nope. Damit hat er nicht gerechnet. Oh. Bäm. Was? Wann bin ich umgekippt? Warum? Äh, hab ich einen Gegenstand dafür? Taco. Steht da Taco. Okay. Beleb'n wieder. Wow. Ein magischer Taco hat mich belebt. Gott, verbrügel mal das Arsch hier. Bäm. Nein, Butters blutet. Man wirft nicht damit. Okay, Butters heilen. So ein Teils. Der da, der scheiß Priester. Ja, ja, Priester. Ha, ausgenockt. Nimm das. Nimm das. Und dann benutzt deinen Judenstab, um ihn hier fertig zu machen. Wann? Shit. Du futterst auch mal lieber Gesundheitszeugs? Irgendwie gebe ich das aus, für sie nimmer dem. Ha, weg ist er. Nur noch ein. Oh nein, diese Pfeile. Noch mehr Süßigkeiten futtern. Yo, und jetzt wird der Arsch verprügelt. Bäm. Ja, wir haben gewonnen. Perfekt. Aber erstmal looten wir hier den ganzen Scheiß. 60 Cent. Geil. Ich bin so reich. Oh, die Schule. Ist doch die Schule, oder? Nein. Wir gehen in die Stadt. Yay. Oh ja, dann sollten wir da mal hingehen. Aber erstmal gehen wir... Da können wir nicht rein. Hey. Sei mit mir befreundet. Hey, warte. Warte. Ich will mit dir befreundet sein. Sie will anscheinend nicht... Oh, die Bank. Nee, so Bank wollen wir jetzt nicht. Lauf. Lauf. Okay. Ey, sei mit mir befreundet. Bei die da doch bestimmt. Ey. Oh. Nein. Oh, hier kommt meine Schnellreise. Da liegt einfach eine Tasche rum. Wo müssen wir überhaupt jetzt hin? Ich bin... So. Da sind wir. Ah, wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist schon mal gut. Ah, ich habe einen neuen Freund. Okay. Eine Aufwertung. Folter. Da müssen wir lang. Da, lang, da, lang. Lauf, lauf, lauf. Neues Kind. Und... Schneller. Äh. Lauf, 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 lauf. Schneller laufen kann. Dipp, 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 dipp. Slow. Okay. Wir laufen jetzt ganz langsam. Ich würde sagen, hier ist erstmal Schluss. Und beim nächsten Mal geht es hier einfach weiter. Bye, bye.